Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch die Blu-ray von Vom Satan gezeugt bzw. Wer bist du oder noch besser bekannt als Beyond the Dorf vorstellen. Diese wurde am 29.07.2022 vom Filmart veröffentlicht und soll auf 1000 Stück limitiert sein. Allerdings findet man weder auf der Verpackung einen Hinweis auf die Limitierungsnummer noch, dass es überhaupt eine Limitierung gibt. Hier dann einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort haben wir einmal ein alternatives Plakatmotiv, die Inhaltsangabe und die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier einen Audiokommentar, mehrere Interviews, die alte deutsche Fassung, diverse Trailer und TV-Spots, sowie eine Poster- und Bildergalerie. So, und dann hier einmal das Cover aus der Nähe. Und wir sehen, dass das eigentlich auch wirklich sehr schön gedruckt ist, bis auf der FSK-Flatschen. Dann hoffen wir jetzt auf ein Wendekover. Hier einmal die Scheibe. Und dann auch nochmal das Cover-Motiv ohne FSK-Flatschen. Ja, dieser 1974 entstandene Horrorfilm ist im Zuge des Exorzisten entstanden, aber im Gegensatz zu den zeitgleich entstandenen Rip-Offs haben wir es hier nicht einfach mit einer uninspirierten Kopie zu tun, die jegliche Eigenständigkeit vermissen lässt. Hier haben wir eine Variante, die nur wenig vom 1973 entstandenen Vorbild wiederholt bzw. kopiert. Hier wird nicht das Kind von einem Dämon besessen, sondern die Mutter. Deren Übernahme durch das Böse ist hier auch nicht permanent. So wechselt ihr Verhalten immer mal wieder zwischen der besessenen und der normalen Variante. Was aber kopiert wird, sind zum einen das Erbrechen, wobei hier Spinat anstatt Erbsensuppe zum Einsatz kam. Zum anderen das Make-up, welches dem von Linda Blair doch sehr ähnlich ist. Neben der sehr gelungenen Kameraarbeit und Filmmusik können auch die Darsteller überzeugen. Wobei die beiden Kinder gerade akustisch ein Highlight sind, so fluchen diese zum Teil so heftig, dass es selbst dem gestandensten Seemann die Schamensröte ins Gesicht treiben würde. Vom Satan besessen ist zwar kein Horrorfilm, den man unbedingt gesehen haben muss, aber im Gegensatz zu manch anderen schadet es auch nicht. Wer also mal wieder einen netten und interessanten Okkult-Horrorfilm schauen möchte, sollte seinen Horizont mit diesem erweitern. Und zum Abschluss dann noch die Inhaltsangabe zum Film. Jessica Barrett und ihr Mann Robert leben glücklich mit ihren beiden Kindern in San Francisco, als Jessica zu ihrer Überraschung feststellt, dass sie wieder schwanger ist. Die Schwangerschaft verläuft aber nicht wie gewünscht, denn der Embryo wächst mit ungeheurer Geschwindigkeit im Mutterleib heran und bringt Jessica zu aggressiven Ausbrüchen. Ihr Mann befürchtet, sie sei vom Teufel besessen. Dann taucht ein seltsamer Mann auf, der aber mehr zu wissen scheint. Doch was hat er mit Jessica und dem Kind vor? Vorher habe ich jedenfalls, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, lasst gerne ein Abo oder Like da und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!